Drei Raketen, drei Fehlstarts, schwarze Raumfahrt, Woche vor Weihnachten. SpaceX untersucht mit Satellitenfotos taumelnden Starlink. Artemis 2 Crew simuliert den Starttag zum Mond. Die Mars Rover haben Funkpause, Flacherdler rätseln. New Shepard bringt Hans und Michi ins Weltall. Chinas Rekordjahr bald auf SpaceX-Niveau. Tory Bruno wechselt zu Blue Origin, war's das mit ULA? Und Boeing Starliner Drama hat Konsequenzen. Das und noch mehr mit allen Hintergründen schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein Space Update auf Deutsch. Was war denn bitte in der Weihnachtswoche los? Drei Fehlstarts direkt hintereinander. Also wenn das in Deutschland zu der Zeit passiert wäre, da hätte ich ja gesagt, da waren die alle ein bisschen zu oft am Weihnachtsmarkt gewesen. Da ist eine bemerkenswerte Woche bei den Starts. Fangen wir heute ausnahmsweise mit den Starts der vergangenen Woche an. Ja, erneute Panne bei Japans Flaggschiff-Rakete. Die H3 hat bei ihrem siebten Start am 22. Dezember den Navigations-Satelliten QZS5 verloren. Während die erste Stufe noch wie geplant arbeitete, versagte bei der zweiten Stufe das Triebwerk und zwar beim zweiten Zündversuch. Da schaltet es sich nach wenigen Sekunden ab. Damit konnte der Satellit seine geplante geostationäre Transferbahn nicht erreichen. Wobei hier kurz angeführt werden muss, der geplante Orbit ist ein sehr spezieller, nämlich ein Quasi-Zenit-Orbit, der der japanischen Konstellation seinen Namen gibt. Ja, die Quasi-Zenit-Satelliten, die umkreisen die Erde in der geosynchronen Umlaufbahn, haben aber eine Bahnneigung von 43 Grad. Um das dann zu jeder Zeit einer der Satelliten der Konstellation direkt über Japan steht. Daher der Name quasi im Zenit. Das geht ja sonst nur direkt über dem Äquator in der Äquatorial-Ebene. Da das amerikanische GPS und das europäische Galileo-System es im bergischen Japan und zwischen Hochhäuserschluchten schwer haben, soll dieses lokale Positionssystem durch die Wahl des Orbits mit Signalen direkt von oben, also quasi Zenit, die bestehenden Systeme ergänzen. Für die H3 ist es bereits der zweite Fehlschlag nach dem gescheiterten Jungfernflug. Nicht ganz unerheblich, die H3, die soll ja die Martian Moons Exploration Mission, kurz MMX, starten. Da ist auch der DLR- und Kness-Rover Idefix dabei, der als erster auf dem Mars-Mond Phobos landen soll. Wegen des ersten Fehlstarts der H3 wurde diese Mission ja extra auf 2026 verschoben. Apropos Mars-Rover, kurzer Einwurf zu dem Thema, die Mars-Rover, die machen aktuell Weihnachtspause, nicht wegen Roboter-Gewerkschaft oder KI-Feiertag. Vielmehr befindet sich der Mars aktuell auf der anderen Seite der Sonne und der Funkkontakt ist so natürlich nicht gut möglich. Grüße gehen raus an alle Flacherdler. Von Japan nach Südkorea, kleines Land, kann man schnell in der Raumfahrt übersehen, aber im Gegensatz zu Deutschland fliegt Südkorea ja eigene Raketen ins All, ist also Raumfahrt-Nation. Nochmal zur Definition, eine Raumfahrt-Nation ist ein Land, das mit eigenen Raketen eigene Satelliten starten kann. Deutschland hat es ja bisher noch nicht demonstriert. Hoffentlich dann 2026. Neben der staatlichen KSLV-Rakete sollte die Hanbit Nano-Hybrid-Rakete des Raketen-Startups InnoSpace zeigen, dass Südkorea dies auch in Zeiten des NewSpace kann. Aber nun ein schmerzhafter Dämpfer für Südkoreas junge Raumfahrtindustrie. Am 22. Dezember, da scheiterte der erste orbital geplante Raketenstart eines südkoreanischen Unternehmens. Die Hanbit Nano hob vom brasilianischen Alcantara Space Center ab, stürzte jedoch rund eine Minute später ab. An Bord befanden sich fünf Kleinst-Satelliten für Kunden aus Brasilien und Indien sowie drei Technologie-Demonstratoren. Die zweistufige Rakete mit Paraffin-Loks-Antrieb, die sollte bis zu 90 Kilogramm in eine sonnensynchrone Umlaufbahn transportieren. Der Livestream wurde nach einer Fehlerdurchsage abrupt beendet. Zur Ursache kann ich euch leider noch nichts sagen. Ja, der Weg zum kommerziellen Orbitalzugang ist steinig, auch für ambitionierte NewSpace-Nationen wie Südkorea. Wir bleiben in Asien. Chinas Weg zur wiederverwendbaren Rakete geht in die heiße Phase. Am 22. Dezember, da startete erstmals die Lange Marsch 12a, ein Methan-Sauerstoffträger aus staatlicher Entwicklung. 70 Meter hoch, 437 Tonnen schwer auf der Rampe, betankt dann. Ähnliche Größenordnung wie die Falcon 9 von SpaceX. Ziel des Jungfernflugs klar, den Orbit erreichen, aber auch die R-Stufe sicher zurückbringen. Der erste Teil, der gelang, der zweite nicht. Zerfolgte ein Re-Entry-Burn, doch statt auf dem Landeplatz in Gansu aufzusetzen, schlug die Stufe rund zwei Kilometer daneben ein. Trotzdem kann man den Flug als Erfolg werten, denn mit Sicherheit wurden wertvolle Daten gewonnen. Die Landung eines Erststufenboosters ist ja bisher noch niemandem auf dem ersten Flug gelungen, wo Blue Origin mit dem zweiten Flug der New Glenn ja verdammt nah dran war. Die staatliche Lange Marsch 12a, die ergänzt eine wachsende Flotte chinesischer Träger, die explizit auf Wiederverwendung hin entwickelt wurden. Die Suki 3 von Landspace, ebenfalls ein Methan-Sauerstoffträger, ist auch eine ähnliche Größenordnung, hatte ihren Jungfernflug am 3. Dezember auch erfolgreich absolviert. Auch ihre Erststufenbooster scheiterte ja an der Landung, wobei die Stufe direkt am Landeplatz einschlug. Beide Systeme zeigen, China will bei der orbitalen Wiederverwendbarkeit mitmischen für Prestige, höhere Startfrequenz und den Aufbau eigener Megakonstellationen. Apropos Megakonstellationen, ich hatte bereits berichtet, ungewöhnlicher Vorfall im Allenden Starlink-Athlet von SpaceX verlor am 17. Dezember die Kommunikation zur Erde, begann dann unkontrolliert zu taumeln und blies Treibstoff aus. Vielen Dank auch für den Hinweis nach der letzten News, dass meine Bezeichnung Tankentlüften im Vakuum des Weltraums technisch nicht korrekt ist. Ich könnte jetzt mit Restatmosphäre zurückklug scheißern, aber ihr habt natürlich recht. Zurück zum toten Starlink. Ja, um das Ausmaß der Schienen zu bewerten, da hat SpaceX das Erdbeobachtungsunternehmen Vantor, ehemals Maxa, um Hilfe gebeten. Dessen Satellit Worldview 3 lieferte eine Aufnahme. Fazit, der Satellit ist weitgehend intakt, hat aber eine kleine Menge Trümmerteile freigesetzt. Diese und der Satellit selbst, die sollen dann laut SpaceX innerhalb der nächsten Wochen in der Erdatmosphäre verglühen. Bitte nicht in der Erdatmosphäre verglühen, sollen diese sehr sympathischen Herrschaften. Es geht endlich wieder los, wir fliegen zum Mond. Das Startfenster öffnet sich am 5. Februar und bleibt dann bis April offen. Es wird ernst für Artemis II. Die vierköpfige Crew, die hat am 20. Dezember erfolgreich ihre Launchday-Generalprobe durchgespielt. Beim sogenannten Countdown-Demonstration-Test verließen Kommandant Reed Wiseman, Pilot Victor Glover und Christina Koch und Jeremy Hansen in den Raumanzügen das Neil Armstrong Operations and Checkout Building. Ganz genau so wie am echten Starttag. Zwar steht die SLS-Rakete noch nicht auf der Rampe, doch das Orion-Raumschiff, das wurde im Vehicle Assembly Building betreten und getestet. Der Ablauf war dabei identisch mit dem geplanten Starttag, nur halt ohne Zündung. Die Mission soll die erste Umrundung des Mondes mit Crew seit Apollo 17 im Jahr 1972 werden. Wenn die Artemis II Mission mit SLS startet, könnte ein Maskottchen aus Berlin mit an Bord sein. Julia Bona hat es mit ihrem Entwurf unter mehr als 2600 weltweiten Einsenkungen in die Top 25 geschafft. Ihr Design, ein kleiner Astronaut auf der Schulter eines Giganten. Das Kuscheltier, das soll als sogenannter Zero-G-Indikator dienen und nach dem Erreichen der Schwerelosigkeit im Raumschiff schweben. Die Entscheidung, welcher Entwurf am Ende fliegt, den trifft die Artemis II Crew selbst. Meist wird dann erst im Livestream enthüllt, was das Maskottchen ist. Ich fliege übrigens leider nicht zum Raketenstart von Artemis II. Meine Presse-Akkreditierung für das Influencer-Launch-Event, das hat die NASA leider abgelehnt. Klar, das Interesse ist riesig und sogar amerikanische Influencer mit Millionen von Followern, die wurden abgelehnt. Ja, zu Artemis III, da werde ich aber auf alle Fälle reisen. Schließlich durfte ich das europäische Service-Modul Nummer 3 schon in der Produktion besichtigen und später dann auch auf seine Seereise schicken. Jahresendspurt. Ich war mal wieder viel unterwegs, Bremen, Berlin, Stuttgart, aber ehrlich gesagt, ich habe fast vergessen, dass ich nicht zu Hause bin. Warum? Weil alles genauso reibungslos lief wie im heimischen WLAN. NordVPN, das läuft inzwischen bei mir immer im Hintergrund, egal ob Hotel, WLAN, öffentlicher Hotspot oder Kundennetzwerk. Kein Unterschied in der Geschwindigkeit, keine Kompromisse bei der Sicherheit und vor allem keine Sorgen. Mit meinem exklusiven NordVPN-Deal, da sicherst du dir jetzt einen satten Rabatt plus vier Extramonate obendrauf. Ja, und was mir besonders wichtig ist, ich will einfach arbeiten können, ohne Angst vor Datenlecks oder neugierigen Blicken zu haben. NordVPN verschlüsselt meine Verbindungen, blockiert schädliche Websites und Werbung und das alles völlig automatisch. Der Bedrohungsschutz Pro, der ist für mich ein echter Gamechanger, gerade wenn es mal hektisch wird und ich im Stress fast vergesse, wo ich mich gerade einlogge. Und wenn der Arbeitstag vorbei ist, ja, dann wird gestreamt, ein Klick Standort gewechselt und ich kann meine Lieblingsserie weiterschauen, auch wenn ich gerade in einem anderen Land bin. Ultraschnell, super stabil, selbst in 4K kein Ruckeln. Wenn du auch unterwegs genauso sicher und frei surfen willst, mein Deal bringt dir NordVPN zum Vorteilspreis plus vier Bonusmonate. Link in der Beschreibung. Das Ganze kannst du ganz risikofrei mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie testen. Apropos Rabatte und Weihnachtsgeschenke. Die Crew der ISS grüßt aus dem Orbit, während sie 400 Kilometer über der Erde kreist, sorgen Bodenteams in Houston, Japan, Europa und Russland für den reibungslosen Betrieb, auch über die Feiertage. Kam der Weihnachtsmann vorbei? Ja, der müsste schon verdammt hochfliegen, um die Crew zu erwischen. Immerhin gab es an Bord ein Trost japanische Festtagsküche. In der Starbase gab es wie jedes Jahr die inoffizielle Weihnachtsparade, mit dabei Godzilla, der einen Booster fängt, der Weihnachtsmann am Haken und Starman und Starship. Dank der Überflüge von Whataboutit gibt es neue Fotos aus der Luft, die zeigen, dass mit den Buddelarbeiten an Pad 1 begonnen wurde. Hier soll ein Flammengraben wie an Pad 2 entstehen. Aber auch das neue Pad 2 aus der Luft sieht schon beeindruckend aus. Von SpaceX selbst gab es das erste offizielle Foto von Booster 19 diese Woche. Der wurde die Woche nämlich zu seiner vollen Größe montiert. Man kann schon sehen, da ist noch viel zu tun, bis das Ding dann getestet werden kann. Aber wer das Programm schon ein paar Jahre verfolgt, der weiß auch, wie absurd schnell die da in der Starbase arbeiten. Noch ein bisschen hin, bis das Starship wieder fliegt. Ich würde mal sagen, vor Februar wird das nichts, aber ich weiß es auch nicht besser. Neben den Fehlschlägen, die ich am Anfang der News erwähnt hatte, da gab es die vergangenen Woche natürlich noch andere Starts. Zu spät für die letzten News. Der Start von Michi Benthaus und Hans Königsmann auf New Shepard 37 am Samstag, 20. Dezember. Im Livestream, da gab es noch keine Bilder aus der Kapsel. Die hat man nur natürlich nachgeliefert und die will ich euch hier nicht vorenthalten. Ich freue mich riesig für die beiden. Ja, die erste auf einen Rollstuhl angewiesene Person hat jetzt die Grenze zum Weltraum überschritten. Ich hoffe, euch inspiriert das genauso sehr wie mich. Für mich ist damit nämlich die Erzählung klar. Wir sind an der Schwelle zu einer Zeit, in der wirklich die gesamte Menschheit ins All aufbricht. Von Blue Origin zu Bluebird 6. Mit Bluebird 6, da hat das US-Unternehmen AST Space Mobile am 23. Dezember einen neuen Meilenstein für die satellitengestützte Smartphone-Kommunikation gesetzt. Der knapp 6,1 Tonnen schwere Satellit, der wurde erfolgreich von Indiens LVM3, also Launch Vehicle Mark III, in einen 521 Kilometer hohen Orbit gebracht. Besonders beeindruckend die ausfahrbare Antennenfläche von über 220 Quadratmetern. Das ist die größte je im niedrigen Erdorbit entfaltete Kommunikationsstruktur. Das Ziel, Breitband-Internet direkt aufs normale Handy ohne Zusatz-Hardware. Nach dem erfolgreichen Start der ersten 5 Satelliten per Falcon 9 im Jahr 2024 bildet Bluebird 6 den Auftakt zur leistungsstärkeren zweiten Generation. Wow, und Indiens festigt damit seine Rolle als globaler Launch-Partner. In Russland ist am 25. Dezember eine Soyuz 2.1a gestartet, und zwar von Blesetsk. An Bord befand sich mit Obzor R Nr. 1 ein Satellit zur Wetterbeobachtung. Am 26. Dezember da ist in China eine lange Marsch 8a gestartet, und zwar von Nuencheng. An Bord befand sich ein SatNet Leo Internet-Satellit. Auch am 26. Dezember ist eine lange Marsch 3 BE von Xi Cheng gestartet. An Bord befand sich mit Fengyu 4C ein Wetterbeobachtungssatellit. China blickt auf ein spektakuläres Raumfahrtjahr 2025 zurück, brachte über 80 Raketen in den Orbit und Treiber dieser Flut. Klar, Aufbau gigantischer als Satellitenkonstellationen. Hua Wang auf der einen Seite und 1.000 Segel auf der anderen. Da geht es jeweils um mehr als 10.000 Satelliten jeweils. Nicht zuletzt im Bereich der Raumfahrt mit Crew hat China auch geliefert. Besonders im Fokus da natürlich das geplante Mondprogramm. Für das Ziel, bis spätestens 2030 einen chinesischen Astronauten auf den Mond zu bringen, testete China 2025 zentrale Systeme, darunter statischer Feuertest der späteren Mondrakete, Landemanövertest der Langyu-Erndeinheit unter annähernden Mondbedingungen sowie ein Startabbruch-Test für das neue Crew-Fahrzeug. Aber auch bei der wissenschaftlichen Erschließung des Sonnensystems machte die chinesische Raumfahrt Fortschritte. Im Mai startete zum Beispiel Tianwen-2, soll zum Asteroiden Kiamu-Lewa fliegen, um da 2026 Proben zu entnehmen und zur Erde zu bringen. Ein weiterer Erfolg gelang dem immer noch aktiven Mars-Orbiter Tianwen-1, während sein Rover so wrong aus dem geplanten Wiederschlaf 2022 leider niemals aufwachte, konnte der Mars-Orbiter jetzt im Oktober als erster Raum sondern ein Bild des interstellaren Kometen 3i Atlas aus dem Mars-Orbit liefern. Apropos 3i Atlas, ist ja erst der dritte bekannte Besucher aus einem anderen Sternensystem. Ja, und anders als typische Kometenschweife zeigt sein Schweif ja vom Kometen die rechte Richtung Sonne. Besonders kurios dabei, in diesem Staubfächer da fanden Astronomen ein regelmäßiges Wackeln im Takt von knapp 8 Stunden und das ist ein Hinweis auf die Rotation des Kometenkerns. Die Beobachtung, die gelangt zwischen Juli und September mit dem 2-Meters-Twin-Teleskop auf Teneriffa. 3i Atlas, der näherte sich am 30. Oktober der Sonne auf rund 210 Millionen Kilometer, drehte dann ab und fliegt nun zurück in den interstellaren Raum. Was bleibt? Ein besseres Verständnis über die Physik eisiger Körper, die jenseits unseres Sonnensystems entstanden. Starliner-Nachspiel Fast neun Monate blieb die Starliner-Crew ja länger im All als geplant. Neue Details zeigen jetzt, wie heikel der Zwischenfall wirklich war. Nach massiven Problemen mit Triebwerken und Helium-Lex verlor Kommandant Butch Wilmore beim Andocken kurzzeitig die Kontrolle über die Kapsel. Die Rückkehr mit dem beschädigten Raumschiff ist riskant. Stattdessen flogen die Testkaninchen, äh, Testpiloten Wilmore und Wilmium dann im März jetzt diesen Jahres mit einer SpaceX Dragon zurück. Bekannt ein offizieller NASA-Zwischenfall Mishap, der wurde ja nie deklariert. Das jedoch führte laut NASA-Sicherheitsrat zur Unsicherheit falscher Prioritätensetzung und interner Überlastung. Erst im September 2024 landete dann Starliner ohne Crew, sicher aber mit schwierigen Vertrauensverlust. Künftig, so die Empfehlung, soll die NASA solche Krisen schneller und klarer deklarieren, um Risiken besser zu managen und lernen für die Zukunft zu ziehen. Der nächste Starliner-Flug, der wird als Test ohne Crew erfolgen. Von Boeing zum Joint-Venture von Boeing und Lockheed Martin, die United Launch Alliance, kurz ULA. Unerwartete Führungswechsel, nach über 10 Jahren an der Spitze des Raumfahrtunternehmens tritt ULA-CEO Tory Bruno jetzt zurück. Damit endet eine Ära, in der ULA mit massiven Herausforderungen kämpfte, insbesondere gegen den wachsenden Einfluss von SpaceX. Bruno hatte früh die Notbremse gezogen und verkündete das aus für Atlas V und Delta Heavy, um dann voll auf die Entwicklung der Vulcan-Rakete mit Blue Origin-Triebwerken zu setzen. Ja, und das ist die Wendung. Tory wechselt zu Blue Origin. Dort wird er als Präsident für nationale Sicherheit Direkt-CEO Dave Limp unterstellt sein. Offenbar war das für ULA nicht absehbar. Das zeigt, eine Personalie ULA-Veteran John Elbow übernimmt Interimsweise bis ein neuer CEO gefunden wurde. Das beendet dann vermutlich auch die Spekulationen über einen möglichen Kauf von ULA durch Blue Origin. Hoffentlich darf Tory bei seinem neuen Arbeitgeber weiter tweeten. Tory Bruno war nämlich dafür bekannt, viel aus dem ULA-Alltag auf X zu teilen, sich auf technische Diskussionen einzulassen und war sich auch für den ein oder anderen Spaß nicht zu schade. Von den sehr vielen Social-Media-Updates von ehemals ULA-Chef Tory Bruno zu der aktuell geheimnisumwitterten Isar Aerospace gibt ja immer noch keinen Starttermin oder kein offizieller Bestätigter, aber laut norwegischer Luftraumüberwachung gibt es einen geplanten Startzeitraum für den zweiten Start der Spektrum-Rakete von 13. bis 24. Januar und dann wäre das tägliche Startfenster von 21 Uhr bis 21.50 Uhr nach unserer mitteleuropäischen Zeit. Dass es einen deutschen Kanal gibt, der wöchentlich über Raumfahrt berichtet, das verdanken wir alle den senkreigen Starter-Schutzengeln. Vielen, vielen Dank für euren Rückhalt. Wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, die Raumfahrtbegeisterung im deutschsprachigen Raum weiter zu pushen, genau, unter dem Video gibt es einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Als kleines extra bekommst du dann ja alle Videos vorab und komplett werbefrei. Dankeschön. Komm, lass uns noch ein letztes Mal in diesem Jahr auf die Starts der kommenden Woche schauen. Am 28. Dezember da startet eine Falcon 1 von Vandenberg an Bord CSG-3, das ist ein italienischer Erdbeobachtungssatellit. Auch am 28. Dezember Soyuz 2.1b und zwar von Vostocci an Bord befinden sich zwei russische Erdbeobachtungssatelliten. Am 29. Dezember Smart Dragon 3 als C-Launch. Am 30. Dezember Longmarsch 4B von Jing Kuan und eine Longmarsch 7A von Huan Cheng. Und eventuell der erste Start dann 2026 in der Falcon 9 von Cape Canaveral mit Starlings. Wäre dann am 3. Januar. Hier nochmal der Hinweis auf meinen exklusiven NordVPN-Deal plus vier Bonusmonate findest du auch in der Beschreibung. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Jahr. Möchte den selbricht bleiben. Dein Mau. Dein Mau. Dein Mau. Dein Mau. Dein Mau. Dein Mau. Vielen Dank.